Eyo Styx hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wieder mal haben beim Video mit meiner Stimme und ganz ehrlich ich selbst merke auch irgendwie dass das mit dem reden mittlerweile doch relativ gut klappt also ich habe mich damit doch ein bisschen abgefunden und auch angefreundet und auch ja so eine gewisse Stärke dafür entwickelt freizusprechen was anfangs halt überhaupt gar nicht klar ging muss ehrlich sagen jedenfalls der Grund für das Video ist eigentlich so ein kleines Update zu geben über das wie es jetzt die Woche weitergeht was die Woche geplant ist und wie das ganze ablaufen wird und zwar habe ich es vor erstmal ein bisschen Werbung meinerseits zu machen die Frage ist müsste ich dafür auch einlenden von wegen Werbung denn ich habe ja im letzten Video schon angekündigt oder schon gesagt gehabt dass ich Designs mache und auch Intros, Autos, Endcarts wie man es auch gerne bezeichnen will ja und zwar hat damals auch der Leon oder auch Anton Abbey Gaming und The Shadow hatten ja davor auch schon mehr oder weniger Werbung gemacht gehabt für mich auf ihren Kanälen für ihre Videos dabei in ihren Videos und da würde ich auch einmal ein Dankhaus sprechen und dann auch gerne mal bei den beiden vorbeischauen Anton hat erst gestern Video hochgeladen gehabt und Leon hat gestern Video hochgeladen gehabt lasst dort ein bisschen Liebe da Support schadet ja nie jedenfalls wenn ihr Bock habt auf dem Design dann könnt ihr euch ja in den Kommentaren ein bisschen melden oder mir auf Facebook schreiben oder auf Insta schreiben die jeweilige Links sind in der Beschreibung oder auch in der Kanal Beschreibung verlinkt könnt ihr einfach runterscrollen und draufklicken dann könnt ihr mir direkt schreiben und dann können wir ja ein bisschen quaschen, ein bisschen schreiben falls ihr Bock auf ein Design habt oder generell irgendwas haben wollt was so die Design Sparte trifft dann könnt ihr euch da melden und dann können wir ja was fertig machen des weiteren hatte ich ja gesagt gehabt dass ich letzte Woche eigentlich das Tofu Garage Video also das Tofu Garage Video, nein nicht das Tofu Garage Video 3, nein das kommt nicht ok sehr gut was heißt kommt nicht also man weiß ja nicht wie inwiefern sich die Fahrzeuge von denen jetzt noch ändern werden also sagen wir so im kürzen ist aber kein Tofu Garage 3 Video geplant allerdings ist etwas von Tofu Garage geplant und zwar der GT86 GT400 von Sven den hatte ich ja vorher gehabt eigentlich letzte Woche online zu bringen allerdings hat es nicht so geklappt denn ja ich bin ja ein bisschen so mehr oder weniger im Umzugsstress für andere mit anderen denn ich habe ja so eine Art WG kann man quasi sagen ja und das ging jetzt letzte Woche doch alles bis und runter und drüber und da sei mir verziehen das ganze Ding ist jetzt in Produktion und dann denke ich wird das ganze bis spätestens Mittwoch, Donnerstag online gehen sofern es heute mit den Aufnahmen klappt denn dazu brauche ich noch mehr anderen und da meldet sich auch Leon für also nach Anfrage er hat Bock drauf und ich denke das ist doch denke ich mal ein guter eine gute Entscheidung ihn mit dazu zu ziehen denn auf ihn war eigentlich bisher immer Verlass gewesen von daher auch einmal ein Danke an der Stelle neben Facebook und Instagram übrigens besteht ja auch noch Twitter, Twitch und Discord die Links dazu natürlich auch alle in der Beschreibung ich denke mal ich hatte vor gehabt jetzt am Wochenende zu streamen allerdings war da meine Laune nicht ganz so genial von daher ich muss da schon gut gelaunt sein weil es bringt nichts wenn ich jetzt scheiße drauf wäre und euch dann irgendwie keine Unterhaltung bieten kann ja so von daher ich meine im Stream schaut man sich ja an hauptsächlich nicht nur wegen dem Game sondern auch wegen der Person selbst auf dem Unterhaltungsfaktor her und deswegen ich denke mal ich werde im Laufe der Woche den Stream anschmeißen und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen ich werde da ein Video raten das ich an dem und dem Tag streamen werde und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen also entweder halt auf YouTube oder auf Twitch bin nur noch am überlegen denn Twitch hatte ich letztes Jahr glaube ich mal angefangen gehabt allerdings naja die Visurazahlen wenigstens wünschen übrig irgendwie und ja mal gucken vielleicht sogar wird es ja wieder so einen längeren Stream gehen über längeren Zeitraum mit eventuell leer und dazu dabei ja und da schauen wir dann noch wie gesagt ihr könnt die Beschreibung abchecken da steht alles drin was ihr eventuell benötigen könntet so designtechnik ja oder Social Media gerne allerdings könnt ihr auch wenn ihr PS4 Zocker seid könnt ihr euch auch melden wenn ihr ein BuzzFeed Payback habt dass wir eventuell gemeinsame Sachen machen so ein Community Video den Gedankengang hatte ich damals ja schon mal gehabt mit dem DreadWrite allerdings hat das damals nicht so geklappt mit 180 Abonnenten glaube ich war das da machst du nicht viel ja jetzt sind wir ein paar mehr knapp 400 Abonnenten Junge was ist denn los ja also ich meine ich hatte es neu ja hatte ich glaube ich 340 350 und jetzt innerhalb 2 Wochen knapp 400 dankbar ich bin einfach verdammt nochmal dankbar also unglaublich das sollte es an dieser Stelle auch gewesen sein und deswegen auch mal wie gesagt ein fettes Danke danke dass du dir auch gerade dieses Video anschaust und dann würde ich auch sagen dann hören wir uns das nächste Mal haut rein euer Sykes tschau tschau